Ja, liebe Kameradinnen und Kameraden, liebe Bürgerinnen und Bürger der Stadt Taurelo und der Umgebung. In diesem Jahr auf diese Weise unsere Weihnachtsgrüße zum Feste. Wir haben ein turbulentes und einesreiches Jahr hinter uns, was nicht für alle einfach gewesen ist. Und umso wichtiger ist die Zeit, die wir jetzt in den nächsten Wochen mit unserer Familie, unsere Liebsten besinnlich verlegen wollen. Und dazu möchten wir Ihnen und Euch als Feuerwehr Taurelo die herzlichsten Weihnachtsküße übernehmen. Ja, auch von meiner Seite nochmal die herzlichsten Weihnachtsküße. Und vielleicht nochmal ein paar Informationen für zuhause. Denken Sie daran, auch in der Gemüse zu verhaltenen Jahreszeit, offenes Feuer und Licht in die Oben auf sich zu lassen. Immer mit einer Unterlagen zu nutzen. Wunschte ein gutes Neujahr. Vor allem bleiben Sie gesund. Servus.